Wer räumt denn hier auf? Gut, äh, wir haben ihn da nicht. Ich bin der beste Hausmeister, den dieses Krankenhaus je gesehen hat. Schluck. Ah, Munition. So, ich nehm alles mit. Ich guck in jede Kiste. Yeah. Hat er ne Waffe? Alter. So. Damit hättest du nicht gerechnet, boah, du. Du Bulle, du. Ah, hier war nur das Klo. Sind wir jetzt zurück? Ich glaub nicht. Vielleicht geht der jetzt... Ah, das Tor geht jetzt bestimmt auf. Das war aber gerade ein schlechter Schocker. Die Türen sind auch interessant. Wo gehen wir denn lang? Hier? Hier geht's nicht lang. Okay, wir nehmen den Seiteneingang. Kein Problem. Alter. Okay. Okay, das liegt nicht an meiner Taschenlampe. Gas. Was? Was? Gehen wir hier? Gehen wir nicht. So, daher. Das... Oh, ist... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sie sind immer ganz schön hartnäckig, diese... Klempner. Ah, gut. Leiter hoch. Ha, 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 ha. Noch einer. Ich hör's hier überall. Wer räumt denn hier auf? Ich wollte die. Okay, da kommen wir runter. Aber wollen wir das auch? Okay. Wir machen's einfach. Do it. Damn it. Jetzt sind wir mitten im Nirgendwo. Wo müssen wir... Ja. Okay. Erstmal hier die Rohre lang, würde ich sagen. Oh, ich hör lieber auf, bevor mich Nintendo verklagt. Ah. Oh. Okay. Ah. Ah. Ja, ich hätte auf diese Röhre gemusst. Das wäre alles, was ich hätte machen müssen. Aber so geht's natürlich auch. Einfach wieder den Weg zurück. So, schnell nochmal nachladen. Das sollte man auch nicht vergessen. Bei aller Freude. Ach, so Tunnel und die Musik. Ich liebe es einfach. Das ist alles so... so super dookie-vertrauenserweckend. Und runter geht's. Immer tiefer hinein. Und da sind wir auch schon wieder im Umkleideraum. Hier gibt's wenigstens Munne. Das ist schon mal gut. Was war das? Noch so ein Stück Körper. Hat gerade geduscht. Ein bisschen zu heiß anscheinend. Sauna-Dampfbad-Oase. Sauna-Dampfbad-Oase. Zum toten Mann. Na, das war ja so klar. Dass du hier mir noch wieder aufstehst. Was willst du eigentlich? Hol dir erstmal Beine, Mann. So. Oh. Schon alle. Emergency Room. Surgery Department. Surgery klingt doch super. Gehen wir da hin. Ich wollte gerade schon sagen. Ist so schön, angenehm, hell. Jetzt gibt's hier nix. Zu. Jetzt auch zu. Aber da hast du dich aber ausgelassen. Da hast du hier eine richtige Party gefeiert. Eine richtige Party. Wo willst du hin, meine Freundin? Taschenlampe geht nicht. Rüsten wir mal die aus. Was ist denn da? Er sieht mich anscheinend nicht. Alter, was ist das denn für eine Kreatur? Sie hat uns geholfen, daran vorbeizuschleichen. Ah! Okay, danke. Vielleicht ein Seelenfresser oder sowas. Sie ist auch weg. Okay, sie ist uns freundlich gesinnt, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ist das die Notaufnahme? Hier ist irgendwas schief gelaufen. Ach, guck mal her. Der Bettenschreck. Der Bettenschreck wieder. Ah, hier. Hier geht's rein. Schön mit diesem Effekt wieder in eine Röhre klettern. Das ist ja echt... Und wir sind zurück im... Ich weiß gar nicht wo. Wo sind wir denn hier? Das sieht nicht sehr gut aus. Im Führerbunker oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Zu. Die Tür ist weg. Okay. Ist immer so ein Bum. Der Raum wird kleiner. Ich will mich nicht umdrehen. Alter, was war das denn? Also die Grusel-Effekte sind echt gut gemacht für eine Mod. Muss ich jetzt mal sagen. Aber... Ich bin jetzt natürlich anderes gewohnt. Oh, der Ladewagen. Dann kann ich den nicht rausschneiden. Okay. Lassen wir ihn einfach drin. Ich bin ja jetzt mittlerweile echt anderes gewohnt. Dadurch Chapter 4 Operation. Oh, der Mond wieder. Schöner Mond. Ja, ich würde sagen, das ist doch eine ideale Stelle, um vielleicht mal einen kleinen Break zu machen. Im Kapitel 4. Äh... Ja, Kapitel 4. Da gehen wir noch ein Stück weiter. Nee, komm, machen wir nächstes Mal, ne? Ich, äh, sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Äh... Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es hier weitergeht. Im übelsten Krankenhaus des Todes. Okay. Alles klar. Tschüss. 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 Oder게요. Vielen Dank.